Heute zu unterwegs nach Amsterdam, ihr könnt an meinen Augen ganz unschwer erkennen, ich bin auf jeden Fall noch Todesmüde von gestern, hier kurzer Ausstütz. Jörgaking in Amsterdam, Rotterdam, Niederlande, irgendwo. Wir sind hier, heute geht's ab. Wir sind jetzt auf dem Weg nach oben, Amsterdam ist die neue Hutlung. Was sagst du dazu? Oder du bist jetzt... Warte mal, warte mal. Warte mal, warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Ich war noch viel in Amsterdam. Das ist echt schön. Das war echt schön. Und wieder, wenn ich stompel. Sie fragt mich, wo sind meine Feelings und mein Fokus. Oh Baby, nur bei dir. Nur bei dir. Bad chick, good vibes. Sie will nur bei mir, sie will in der Hut sein. Ja. Bad chick, good vibes. Sie ist wieder, dann sie ist auch an der Timeline. Ja. Bad chick, good vibes. Wieder mal eine Millionen Menschen oder so, Digga. Guck mal nach vorne. Die ganzen Leute. Die ganzen Crackies. Wir sind hier. Wir brauchen noch gewisse Utensilien. Heute mit der Brille unterwegs. Es ist ein bisschen sonnig. Hey, ich will mit dir. Gut, gut, will mit mir. Dieser Mann ist scheiße geworden. Wir sind hier gerade am Haupttransport von Amsterdam. Ja, ja. Hört mal ein bisschen die Aussicht. Haben weh weh. Überall guckst du russisch? Überall guckst du russisch mit dem. Überall guckst du russisch mit dem. Überall. Hab ich. Einen guten Kollegen. Das heißt, nice. Wir gucken mal rein. Wir suchen jemanden. Heute werden ein paar ordentlich essen, Digga. Ich halte mich da raus. Ich stehe jetzt vor Theis des Coffeeshop. Ich gehe mal nach oben, Digga. Amsterdam, Digga. Vlog wird gemacht. Ja, was machen wir jetzt? Hä? Was machen wir jetzt? Was wir jetzt machen, Bruder? Wir gehen jetzt essen, Digga. Voll sehr, sehr Hunger, Digga. Aber wir wissen nicht wo. Ich bin ehrlich, wir wissen nicht wo. Weil einfach zu groß, Digga. Einfach zu groß. Wir sind hier in einem Laden. Der heißt Phillies. Oder Philz. Keine Ahnung, Digga. Oh, Bruder. Vorbei. Vorbei. Genau. Heißt jetzt sieben Gang international unterwegs. Wir sind jetzt hier gerade an der Nordsee. Ab eben noch in Amsterdam. Jetzt bei der Nordsee. Yeah. Hier am Venice Beach. See all the people on Venice Beach. Look at that. Das ist die Dantor. Alter? Einfach London. Hahaha. Scheiss! Ich bin in Miami oder so, was geht's hier ab, Bruder? Aber jetzt mal ehrlich, das meint's gut. Ideal, das geht ja nicht. Ja, ideal war. Ich hab auch gefällt. Ich bin so weit. Ich bin so weit. Ich mein, wenn ich gutes Geld kriege? Wie kennt ihr die einen oder anderen? Einer gibt dir jetzt Geld und du verkaufst einmal. 1K sagst du. Ich muss mein Geld zeigen für 1K? Ohne Gesicht? Ich zeig meine Asche. Ich zeig dir auch für 300. Oder ich zeig dir nur Gott schon einfach so. Guck mal her. Nein! Wir zeigen! Ich will jetzt noch etwas sagen. Dicke Chippen! Mein Baby macht mir zu viel Stress, wir sind nicht auf einer Timeline. Lies doch mal den Chat, das war alles so gemeint. Mir durch das egal ist, sag ich, ich möchte wieder frei sein. Aber wenn sie geht, dann möchte ich immer wieder reich. Ich köfte dir alles, mir egal, wenn ich broke bin. Sie ruft mich an, sagt schon wieder, wenn ich's don't bin. Sie fragt mich, was sind meine Feelings und mein Focus? Oh Baby, nur bei dir. Nur bei dir. Bad chick, good vibes. Sie will nur bei mir, sie will in der Hood sein. Bad chick, good vibes. Sie ist wieder, dann sie ist auf andere Timeline. Bad chick, good vibes. Sie will nur bei mir, sie will in der Hood sein. Bad chick, good vibes. Sie ist wieder, dann sie ist auf andere Timeline. Bad chick, good vibes. Sie will nur bei mir, sie will in der Hood sein. Sie ist wieder, dann sie ist auf andere Timeline.